Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tesla Effect. Ein neues Tex Murphy-Aventeuer. Und ich würde sagen, wir machen hier erstmal, wir gucken erstmal oben noch. Bevor wir uns hier irgendwie noch eine 3-4 Stunde lang in irgendwas verrennen. Wie eben mit diesem komischen Scheiß-Bilder-Rätsel. Das Problem war lediglich, dass ich irgendwie auch nicht so richtig wusste. Oh, hier ist ja noch so'n Ding. Du Scheiße, Alter. Hier ist noch ein Raum, das ist ja wunderbar. Was ist denn hier? Alter! Ich weiß, Tongs sind großartig, um meine Chestnuts aus dem Feuer zu holen. Ich kann nicht dieses Feuerwerk benutzen, es wurde in den Feuerwerk gebrochen. Mh-mh. Nee. Hör mal auf, hier wieder zuzumachen. Aha. Ja, nee, klar. Noch mehr, noch mehr Sachen. Oh, ich liebe Sticky-Notes und ich habe nur mein letzteres benutzt. Warte. Was steht denn da? Bestimmt die Kombination, wa? Aha. Ja, da steht ja auch eins. So, noch eine Tür. Nee, warte mal. Erstmal machen wir das mit dem Wit-Phone. Hey, hey, hey. Don't let anyone talk down to you. Just because you're a side table. It's an empty vial. Mmh-hmm. Whoa, that's one old vid-phone. It's got a message on it, but I'll need to get Margaret's voicemail number to listen to it. First message. Margaret, we followed your instructions and combined the valerian flower petals with alcohol in a vial, placed it in the chemical mixer, then administered the serum to the subjects via syringe. However, this only momentarily suppressed rage in the Morlocks. There needs to be a more permanent solution. There are no more messages. Hm, ich verstehe. Also wir müssen, na, müssen wir wahrscheinlich erstmal, ja, Baldrian soll den zum, zur Beruhigung, was haben wir denn da unten? Mike and Ike Hammer Candy Comic, Double Fudge Indemnity. That's why I always insist on guests using Coasters. Also ich muss ja sagen, ähm, die Intensität der Rätsel hat doch arg zugenommen. Alter, mehr Türen bitte. Oder war das jetzt hier der Anfang? Ja. Gut, ich würde sagen, wir gehen erstmal zum Schuppen. Einfach mal um zu gucken, dass wir das Schloss auf die Schlossen kriegen und dann mal gucken, was da so drin ist. Weil theoretisch bräuchten wir jetzt noch Alkohol. Ich weiß, was du denkst, und das ist nicht eine gute Idee. Oh, es ist C4 Chewing Gum. Das Stuffpack ist ziemlich ein Wallop, aber es ist Grape. Ich liebe Grape flavor. Äh, 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 okay, äh, scheint, scheint der zu explodieren oder, mh, äh, ich liebe Grape. Jetzt, wo sind die Monke? Ist das? Aha. Ist es. Es ist die reale Monshine. Aha. Äh, wir haben, jetzt müssen wir mal gucken, was das für ein Kaugummi ist. C4 Kaugummi, ach Gott. So, wir können auf jeden Fall das Ding hier erstmal mit dem Alkohol benutzen, wa? Nein. Leere Ampulle. Eigentlich, wir können den Samen mit dem, mit dem, mit dem Top hier benutzen. Und dann können wir den da unter die Lampe packen. Aha. War irgendwie prädestiniert dafür, ne? So, jetzt überlege, wo es gerade, wo, wo, wo waren jetzt? Ah, hier. So, dann können wir das Ding hier irgendwie unter die Lampe packen, denke ich. Jawohl, Alter. Ich brauche etwas, um einen Valerian Blossom von dieser Pflanze auszutauschen. Das kommt in die Hand. Welches Schmerz gegen die Menschheit hast du gegründet? Nein, so aufregend ist es doch nicht. Wir haben einen Winner! So. Vielleicht noch mit C4 oder so? Nee. Zange. Ach, das muss man sicherlich noch erhitzen, denke ich. So mit einer Zange und einem Feuerchen. Feuerchen haben wir ja schon gemacht. Weil das muss ja dann erstmal so seine Wirkstoffe freisetzen. Nee. Eh, vielleicht probiere ich etwas anderes. Ja. Vielleicht probiere ich etwas anderes. Ja. So richtig komme ich jetzt nicht weiter. Tresorschlüssel. Also ich könnte mir vorstellen, dass man die Zange... Ja. Man kann sich ja so viele vorstellen, ne. Was? Ist ein Chemikal Mixer? In den Chemikal Mixer? Das könnte ein Syringe sein. Aber das ist nur momentan die Rage in den Morlocks. Es braucht eine mehr permanenten Lösung. In den Chemie... In den Chemie-Kaien-Mixer soll ich das geben? Haben wir einen Chemie... Wir haben da ja keinen Chemie-Kaien-Mixer. So... Also mit Feuer hat das glaube ich nichts zu tun. Stand jeweils nicht da. Und der Chemie-Kaien-Mixer ist wahrscheinlich hier drin, oder? Problem an der Sache ist, ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt hier irgendwie was stellen soll. Ja, Pfeile. Hm. Oben ist ja auch noch einer. Alle Pfeile zeigen zu dem Bild, oder was? Ich weiß es nicht. Blöken. Stigeamente. Hm. Willkommen wir mal Hilfe holen. Willkommen wir den Schraubenzieher holen? Pfeiltür in der Bibliothek? Das würde mich immer interessieren. Ach, lol. Naja. C4 an Dings. Aha. Und hier so eine Pfeiltür sein? Lol, alter. Ich liebe secrette Türen und etwas in diesem Raum muss es öffnen. Das hat nichts erreicht. Jetzt haben wir einen Hammer. Für was können wir denn... Für was können wir denn jetzt den Hammer benutzen? Ich wüsste ja noch nicht mal für was. Alter. Kommen wir da nicht runter? Warte, da fehlt noch was, ne? Öh. Du weißt ja, ich liebe secrette Türen und etwas in diesem Raum muss es öffnen. Ah, das ist also bloß so zur Hälfte hier öffnet. Deshalb komme ich da nicht rin. Das ist ja interessant. Mannen. Der könnte ja auch mal einen Schritt über den Teppich machen. Ja, wahr? Wäre eigentlich nicht das Problem. So, dann werden wir mal gucken... Oben gucken... Wann wir den Ding nochmal drehen können? Ne. Also man musste diese Dinger da... Da brennt irgendwas. Man musste diese... Teile da... Wir reparieren heißt, man benutzt den Hammer, ne? Das ist eine Waste der Zeit. Ich würde sagen, wir brauchen ein Zahnrad, oder was? Haben wir irgendwas, was da... Mit der Zange... Vielleicht mit der Zange? Er ist wahrscheinlich dieser Schraubenzieher, wa? Wovet? Sieh dir den Schraubenzieher auf dem Lilienblatt im Sumpf außerhalb des Sumpfhauses an? Öffne die Schranktür im... Schlafzimmer im Obergeschoss, um den Wurfhaken zu finden. Nimm den Wurfhaken, hole mit Hilfe des Wurfhakens den Schraubenzieher von dem Lilienblatt. Schranktür im Schlafzimmer? Hatten wir doch eigentlich schon alles untersucht? Fragezeichen? Das ist doch hier das Schlafzimmer, oder nicht? Wo ist denn hier ein Schra... Ach, lol. Ich dachte, das wäre der... Hä, ja, das ist fast hier. Ja, Moment. Wenn, dann gucken wir mal hier, ich stehe, wa? So, okay. Hier, hier im Blatt liegt ein Schraubenzieher, ey. Glaub ich, Spinner oder was? Mein, 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 mein. Also, das hat ja ganz dramatisch jetzt zugenommen, muss ich sagen. Der Schwierigkeitsgrad. Finde ich jedenfalls. Wo soll hier ein Lilienblatt sein? Alter Schwede. Wird sicherlich eine Wasserlilie sein. Da ist er. So, und damit können wir sicherlich dann den Dings, äh, ne? Reparieren. Also, diese Zahnrad-Jedöns. Kaputtes Zahnrad. Wahrscheinlich mit dem Hammer. Und Feuer. Äh, ich hab da schon meine, meine... Naja. Alles klar, jetzt tun wir hier Schmied spielen. So, und jetzt müssen wir das Ding wahrscheinlich mit dem Hammer bearbeiten. Tags Murphy, der Schmied. Ich fasse nicht. So, jetzt ist die Hütte offen. Ich weiß ja allerdings immer noch nicht, warum ich diese Plüte zusammengesetzt habe. Das wird sich wahrscheinlich noch... noch zeigen. Oha. Was ist das denn? Ich mach erstmal Licht an. Das ist ein Rätsel? Das Morlock-Hologramm killt anyone who gets too close to the door. Alles klar, das ist hier der große Bewacher. Ich frage es natürlich, was man hier... Muss die Brühe da rin laufen, oder wat? Hier kann man sich auch nicht großartig was angucken, also... Doch da. Das Drain symbolisiert mein Leben. Gut, ähm, aber ich würde mal sagen, das schauen wir uns ganz entspannt im nächsten Part an, wa? Von daher hau ich erstmal rin. Und tut mir leid, dass ich so viel Hilfe benutzt habe, aber mir war das irgendwie alles überhaupt nicht schlüssig wahr. Also, von daher, bis zum nächsten Part, äh, euer Saint DLP.